So, hör mal, läuft das schon? Ja, klar läuft das. Ist ja Qualität. So, da bin ich wieder. Und zwar bin ich ja jemand, der vom Namen her bald Bundeskanzler werden könnte. Und heute ist mal wieder ein Geburtstag. Und zwar der Geburtstag von John Cameron Fogarty, den die Jüngeren unter uns noch kennen als den Liedgitarristen, Liedsänger, Songschreiber von Kretens Clearwater Revival. Und darum will ich mal wieder ein Lied verunstalten. Hier in meinem Studium. Da sag ich mal, Rainer, fahr mal die Mats ab. Moment hier. Alles klar? Wir sind live. Was ist das? Hier stimmt was nicht. Stopp. Was ist das jetzt wieder? Auf Anfang. Und hier. Und da. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da. So. Don't go around tonight. Well, it's time to take your life. There's a baton on the rise. Hope you got your things together. Hope you got your things together. Hope you are quite prepared today. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye. Don't go around tonight. Well, it's bound to take your life. There's a baton on the rise. There's a baton on the rise. I don't go around tonight. Well, it's bound to take your life. There's a baton on the rise. Yeah. Happy birthday John C. Fogarty. Und eine Menge Dankeschön. So, jetzt ist die Martin-Gitarre auch endlich verklungen. So würde ich sagen, mache ich mal das Video-Gerät aus. Und gute Nacht. So, jetzt kommt meine zählister-Gitarre auch in 2 Stunden. Und gut. Untertitelung des ZDF, 2020